Was sind Frömmeleien? Ich nenne mal diesen Begriff Frömmeleien. Wir kennen alle das Wort Fromm. Jemand, der fromm ist, hat eine bestimmte Haltung, hat eine bestimmte Wertehaltung, der orientiert sich an etwas. Oft an etwas scheinbar Idealen, mit dem er umzugehen versucht. Aber hier Frömmeleien, das soll sehr etwas Besonderes sein. Tatsächlich auch etwas sehr im ironischen Sinne. Und die Ironie ist immer etwas, was versucht, einen gewissen Abstand, einen gewissen Überblick zu bekommen. Und etwas in dieser besonderen Weise betrachtet, also etwas Ironisches. Was sind Frömmeleien? Wenn du stets nach Lehrbuch und Listen gehst, und ich kann nach allen möglichen Lehrbüchern und Listen und Standards gehen, Vorgaben und Checklisten gehen. Wenn du glaubst, so ist es und so geht es und nicht anders. Wenn es immer ein Happy End haben soll. Es gibt nur ein wahres Happy End und das heißt, etwas ist heraus. Wenn du dich nur an Gurus, Gurinnen, Meistern und Idealen, Professoren, Wissenschaftlern und Orientierungen in dem Sinne orientierst. Wenn du nur Bibel, Koran, Talmud, Krishna, Buddha, wie auch immer, treu orientiert bist, wortwörtlich an diesen Schriften und nur diesen Schriften traust. Frömmeleien sind, falls du glaubst, alle sei stets glatt, weichgespült, lieb und nett, mit ewigem Verständnis und ewigem Aushalten. Frömmeleien leben und nehmen das Leben nicht, wie es ist, weil das Leben ist einfach nicht fromm, sondern eben anders. Wenn du dich in Scheinheiligkeit zurückziehst, aber Engagement und Courage gefordert wäre. Wenn du nur eben dem Geschriebenen vertraust und viele Menschen vertrauen nur dem Geschriebenen. Deswegen, allein das Vertragsrecht zeigt ja, was schwarz auf weiß, da steht, das glauben wir so, das ist wichtig. Und daran halten wir uns im Zweifelsfall. Deswegen hat es immer wieder Schriftkulturen gegeben, die sagten, was in den Schriften steht, das ist das Entscheidende. Wenn Glaube dein einziger Trost und Fluchtpunkt im Leben ist. Frömmeleien sind, wenn du drumherum redest. Wenn du Ideologien, Weltanschauungen, festgeformten Philosophien und Doktrinen folgst. Wenn du einer Kirche angehörst, dann bist du auch fromm, egal welcher Kirche. Wenn du päpstlicher als der Papst bist und sein möchtest. Wenn du glaubst, Wissenschaft ist alles. Und der reine Wissenschaftsglaube sei der Glaube schlechthin und überhaupt. Und das ist in der heutigen Zeit auch sehr verbreitet. Aber Wissenschaft ist ja eine Haltung, alles unterschiedlich zu betrachten, im Sinne des Ausgleichs letztendlich. Frömmeleien sind, denen Menschen Studien um die Ohren haust. Das ist auch etwas Frömmliches. Ich habe in einer Studie bewiesen, die Studie beweist, wir können uns die Studienlage angucken und diese ewigen Argumentationen um Studienlagen. Wenn du ewige Beweise lieferst, dann ist das auch so etwas wie eine Frömmelei. Nur Statistiken traust und nicht dir selber. Und zwar dir selber in deiner Konfrontation mit der betreffenden Sache. Wenn du permanent stoisch und nur noch gelassen bist, dann ist das Frömmelei. Wenn du etwas sein willst, was du nie sein wirst. Wenn du in ewiger Sehnsucht lebst. Wenn du aus deinen Fantasien nicht mehr herausfindest und sie sich bereits als Wahn manifestiert haben. Frömmelei ist, wenn alles immer schön aufbereitet, gefällig und möglichst billig zu haben ist oder du das so haben möchtest. Wenn du andere so und nicht anders haben willst, dich selber aber nicht einbringst und vielleicht auch nicht akzeptierst und nicht zu dir stehst und zu deiner Schroffheit und zu deinen Widersprüchen stehst und all das. Wenn du dir nur Salonphilosophie reinziehst, aber den Kompromiss des Lebens nicht verstehst. Das heißt, der berühmte Realitätscheck fehlt. Wenn Glaube, egal an was, die Überhand gewonnen hat. Wenn du ständig belehrst und deshalb bekehren willst, also den anderen, die anderen Menschen davon überzeugen willst, dass das so ist und nicht anders. Wenn Sanftmut das einzige Werkzeug ist, aber das scharfe Ding rechts unten in der Schublade verrostet. Wenn du ein ewig verzweifelter, wenn du ein ewig verzweifelter Hoffender bist und deinen eigenen Tod ignorierst, den du gar nicht bemerkt hast. Wenn das Fromme stärker als verbindende Loyalität geworden ist, dann sind all das aufgezählte die Möglichkeiten, die uns immer wieder passieren, als Mensch zu fromm zu werden. Frömmeleien. Ich nenne das gerne Frömmeleien im ironischen Sinne. Und benutze das auch oft in der Kommunikation mit anderen Menschen, wenn ich den Eindruck habe, jetzt wird etwas in dem Sinne wirklich, ich nehme jetzt diesen Ausdruck, päpstlicher als der Papst. Und dann ist es eine Frömmelei, also eine Orientierung an etwas Idealistischem. Und das Idealistische ist ein wichtiger Entwurf für unser Leben und eine wichtige Orientierung. Ich habe an anderer Stelle darauf hingewiesen. Aber wir dürfen das Leben nicht verwechseln mit dem Idealen und damit eben mit dem Frommen. Und das Leben nicht verwechseln mit dem Idealistischen Entwurf für unser Leben und das Leben nicht verwechseln mit dem Idealistischen Entwurf für unser Leben. Und das Leben nicht verwechseln mit dem Idealistischen Entwurf für unser Leben.